Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Far Cry Primal, Alter. Und ich will hier nicht runterspringen. Willst du es riskieren? Ach du Scheiße, was ist da denn los? Sieht das geil aus. Heilige Scheiße. Ja! Schaffe ich's? Oh mein Gott, das sah sehr seicht aus. Aber anscheinend haben wir es geschafft, okay. So. Hier unten ist noch so ein Schieferding. Das nehmen wir mal mit, ne? Und eigentlich müssen wir mal zurück und unsere Bude ein bisschen ausbauen. Äh, der Schamane hat bestimmt auch nochmal ne Aufgabe für uns. Glaub ich. Ein seltener Weißjack. Und koste mir nicht, Mopsi. Er kann sich sowieso nicht mehr bewegen. Gib mir dein scheiß seltenes Fell, Mann. Was ist denn los mit dir? Alter, der gibt nicht auf, der Typ, ne? Ähm. Okay. Hat sich gerade so eben erledigt, würde ich sagen. So. Hier wird am Start. So, was haben wir denn hier? Lagerfeier. Wo soll das unsere Aufgabe sein? Hör. 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 Oh Mann, kein Hör mehr. So ganz billig einfach in die Brust gestochen, Alter. Ah, schön. Untersuche die uralten, hast du ja nicht gesehen, Steine. Okay, äh, was sind, was sind die denn? Das da wahrscheinlich, oder? Oder sind das die Steine? Würde das die Steine sein? Nee. Okay. Ich find's schön, dass man hier alles abfackeln kann. Deine eigenen Waffen. Den Rasen. Deinen Nachbarn. Und niemand sagt etwas dagegen. Hier wurde doch gerade nix. Da. Okay. Ich hab das doch abgefackelt. Au. Oder etwa nicht. Doch, türlich. Ich hab das auch abgefackelt. Hör. Das sind Urusis. Ja, ja. Von da kommen wir. Und hier? Na, guai. Okay. Nichts. Dann wollen wir doch glatt mal. Ja. Wirf alles nach dir. Scheißegal. Steck dies. Ah. Ich hab ihn noch getroffen. Das ist unglaublich. So, meinen Keul hab ich wieder. Ich glaub, ich hab zwei eine Keul nach ihm geworfen, ne? Ja, friss dich, du mal satt. Das passt schon. Geh den Arsch. Mein es verblut sehr. Wo willst du eigentlich hin? Es gibt keinen Kommen vor dem Blut. Meiner Rache. Da ist er tot. So. Das hätte ich auch ohne die Steine sehen können. Bin ich, glaub, der Vermutung. Aber schwimmen wir trotzdem. Nehmen wir uns vorher das Schiff hier nochmal mit. Weiß, wotrig wir das brauchen. Letzter Speer. Ja. Ja, dann mach ich mir erst mal neun. Hey. Hast du Keule? Verstehen. Keule hab ich zwei. Und ein paar Küle. Kann auch nicht schaden. Beide zu Ende zu machen. Ach, den Splitter haben wir jetzt. Und die Stachelbomben. Ach, das ist ne Wurfwaffe. Aha. Was für Sache. Oh, ich krieg die wieder. Die müssen wir testen. Die haben wir ja in der letzten Folge freigeschaltet. Just for fun. Oh. Wo ist er hin? Ist mir egal. Durch das Wasser geht das sowieso nicht. Weil er ein Feigling ist. So. Alter, kletter da hoch. Mann, bist du doof. Komm, da kannst du wohl hochklettern. Okay. Blut von Oros-Steine. Ist der grad geflogen? Ich will nicht. Ich weiß mir selten zu sein. Ach ne, die Weißen haben wir öfter schon gesehen. Gut, da war ja was. Saubere Sache, Alter. Moment. Ich glaub, die Reichweite wird nicht reichen. Ist der Typ grad runtergefallen? Sieht aber aus, als würden sie runterfallen. Hör auf, mich zu sehen. Hör auf, mich zu sehen. Mhm. Wir wissen kein Stück, wo ich bin. Aber es sind auch viele, muss man sagen. Ach, dummer Pfeil. Ganz ehrlich. So wurde das nichts. Ich muss mich bei ein bisschen hinschleichen. Komm. Kopfschuss. Das ist nicht schlecht. Komm, schnapp sie dir. Oh, ich glaub, die haben mich jetzt entdeckt. Meine gezähmte Bestie kann leider da nicht hin. Aber... Eine kann da hin. Ach, ich hab keine Weg, deswegen. Hoppala. Durch den Stein durch. Bäm, ich bin ein Camper, Alter. Mit Wallach. Okay. Okay. Ah, du kleiner Trottel, du. So mein, heute fall, möchte ich mich hier natürlich wieder haben. Alter, kommst du jetzt oder willst du da rumtanzen? Mein Wienze-Kätzchen ist so cool. Hast du fein gemacht. Lilly, du bist die Beste. Hey, was? Ich hab dich gespannt. Eine Wege kommen. Wir sind jetzt. Heilung, zwei Gesundheitsbalken, Booster. Erschwertes Tier, dich zu entdecken. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-wäh? Geschwindigkeitsbooster? Ja, coole Nummer. Wusste ich gar nicht. Was haben wir noch als zur Verfügung? Ähm, Heilung. Gibt alles Heilung, ne? Bringert den Schaden durch Feuer. Heilung, drei Gesundheitsbalken, zwei Gesundheitsbalken, ein Gesundheitsbalken. Sehr nice. So, klettern wir erstmal hier runter, ne? Vergessener Krater. Hören wir uns erstmal die Hand um Glück. Äh, ich wollte eigentlich springen. Ähm, na gut. Machen wir es auf die uncoole Art und Weise. Alter, dieses Tempo, was ich an den Tag lege. Krass. Ich mag den Boost. Guckt euch das an, ich bin so schnell. So, das war Nummer eins. Da ist auch irgendwas. Die Schnelligkeit ist ein bisschen pervers. Ach, wie schön, dass ich jetzt kaum noch was sehe, weil es Abend wird. Lili? Was ist zum Teufel, ist mit ihr passiert? Hä, aber sie lebt doch noch. Lili? Was ist zum Teufel mit ihr passiert? Hä? Da fällt ja einfach von oben runter, hä? Und dann ist die denn überall tot? Muss ich nicht verstehen, oder? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Wo ist das letzte Ding? Ach, Lili, da bist du ja wieder. Geht's dir ja gut, ja? Ich glaube, es zählt nicht, wenn sich ein Tier aus Versehen in den Tod stürzt. Ich glaube, da waren die ein bisschen gnädig. Warte. Ach, vier Stück soll ich finden. Ist auch noch. Ja, wo ist denn der vierte jetzt? Gute Frage, nächste Frage, Zero. Da scheint jetzt ein bisschen rötlich zu sein, ne? Ich nehme an, wir müssen da hoch. So, perfekt. Glutwunderers. Ist schön. So, liebe Bevölkerung. So, jetzt müssen wir nur noch aufpassen, weil hier jetzt ein paar wilde Tiere rumlaufen nachts. Wo ist das Viech? Wir müssen nur wissen, was du bist. Und dann bist du nämlich auch schon los. Ihr da hinten seid Gegner. Ich hab den Speerschlang nicht mehr benutzt. Lili ist ganz gut, um Gegner zu töten, ohne sie zu alarmieren. Das ist das Gute daran. Wo sind die denn noch mehr von den Typen? Wo sind die denn noch mehr von den Typen? Der Hund ist ja wohl ein Tierchen, ne? Der Hund ist ja wohl ein Tierchen. Oh, oh. Ja, und tschüss. Komm. Komm, Lili. Wir gehen einfach. So. Wir wollen als nächstes auf die Karte. Sammel... Sammel... Stammeskonflikt töten. Pff... Joa... Ich mein, wieso nicht? Jetzt müssen wir sowieso hier oben hin. Osterdava-Bollwerk. Dann brauchen wir mal in Ruhe ein paar Nebenquests machen. Okay, war nur ein hilfloses Tierchen. Alles gut. Lili, du reißt das schon. Ich schleiche mich hier mal weg. Ach, die ignorieren Lili einfach. Wir haben Angst vor Lili. Würde ich auch haben. Sie springt einfach so... von Bergen runter. Und bricht sich nicht mal das Bein. Bezu, sie war tot. Aber... Sie ist ja wiedergekommen. Alter, hier läuft alles mögliche. Ich will den Tieren durch die Gegend. Was haben wir denn da so schönes? Wir ignorieren einfach mal die Wölfe. Wir laufen überall die fetten Viecher durch die Gegend. Das Warzenschwein war böse. Na gut. Vielleicht hat Lili auch nur ein bisschen Hunger. Ja. Wer weiß das schon. Achso. Wir sind Freunde. Ja hör auf zu winken. Ich bin da. Habt ihr gehört? Er sagt sogar Lili. Lili. Wer weiß wie sie heißt. Ja. Du bist nur so eine Lili, ne? Ja. Nichts einzigartiges. Was? Ähm. Wie soll ich jetzt keine Quest bekommen? Keine Ahnung. Einige Dinge verstehe ich nicht. Ach da. Ach, wir buddeln uns mal da unten, ne? Da ist noch eine hübsche Höhle. Und noch einen Außenposten, der mir sehr gefällt, weil es auf einer Insel ist. Und ja, den müssen wir eigentlich auch noch erobern. Dann gehen wir später hin da oben. Habe ich sie jetzt markiert? Habe ich sie nicht markiert? Er ist markiert, okay. Vielleicht haben wir sie am Fluss schon getötet. Ich weiß es nicht. Erfahrung haben wir anscheinend keine dafür bekommen. Warum hauen die ab? Ach, das ist der Fluss. Hoffe ich mal. Ne, das ist einfach nur ein eigenes, ne? έrrr Häääääääääääääääääääääääääääääh! Frag dich nicht. Hoop's klart, freund. Gut sehen, Dreh um. Eine Bevölkerung, hier sind noch zwei Leute. Achso, der haut ab. Ja, bitteschön, Phoenix. Ähm, super, jetzt bin ich hier unten. Mal wieder, ich bin wieder hier unten. Super, klasse, danke. Held ihr nicht das letzte Mal hier sein können, wo ich hier schon war? Statt mich normal hier runter zu locken. Bin ich jetzt nicht so knurke von euch. Jetzt muss ich den ganzen Weg hier immer rumlaufen. Bullshit. Nur weil ich dachte, das wäre die Quest gewesen. So, wo sind die jetzt hier, die einzigartigen Tierchen? Ich habe bisher einen gesehen und den habe ich getötet. Weil ich damals noch keine Tiere sehen konnte, das war echt fies. Nein, du Appahai! Okay. Okay. Jetzt drück, dass ich jedes Mal springen muss, wenn ich etwas bestätigen möchte. Ich kann auch mal was sie jetzt noch von mir wollte. Vielleicht wird sie gerade angegriffen oder so, ist mir egal. Ich nehme mal das Seil mit. Wer weiß, wozu wir das brauchen werden. Oh, es geht nicht weiter. Gerade. In diese Hülle wollten wir ja ohnehin schon. Von daher können wir da auch direkt mal hingehen. Das ist jetzt nicht die Höhle. Wo bist du denn? Jedes Gebiet wird von einem feindlichen Stamm kontrolliert. Äh, finde ihr Lager und brenne es vollständig nieder. Hä? Okay. Ach, das Lager, ja. Draußen keine Wachen positioniert? Das ist ein bisschen seltsam. Höhle der Sonnenläufer. Wir brennen das Israel-Lager nieder. Doch bevor wir dies tun, Freunde, werden wir das Ganze auf morgen verschieben. Oh yeah. Laut rein. Euer Zero. Tschüss. Ich liebe es.